Achso, das war schon. Okay. Ähm... Ja, gut, das war... Hä? Ja, du sollst halt schon drauf eingehen, ne? Ja, wir haben jetzt meine Wunde. Nein, das ist ein anderer. Ich bin ja... Beachte doch bitte den Namen. Weißt doch nicht, warum jedes Meme kommt mit ein Act ist. Ja, man soll erst mal drauf eingehen, ne? Ich bin doch kein Arzt im Prinzip. Ich weiß doch nicht, was ich da irgendwie habe. Ich hab dir gesagt, mein Fein ist... Das ist ein Mie, du Vogelmann. Hä? Bist du nicht RP fähig? Hä? Dude, also... Bist du nicht RP fähig? Kann das sein? Das ist passive RP. Was meinst du damit? Nein, ich bin... Natürlich! Also... Sie müssen mitteilen, was sie haben. Ach komm, du, das ist ein Stabsarzt. Also... Der wird's ja wohl wissen. Das ist passive RP. Ja, ich werde... Natürlich werde ich's wissen. Nein, wenn ich nicht weiß, was ich habe. Was eigentlich... Hä? Hä? Sie müssen es nicht sagen, aber sie müssen es doch verdammte Scheiße schreiben. Wie kommt denn so... Mal ganz ehrlich, wie bist du eigentlich auf den rangekommen? Ganz ehrlich, du bist nicht mehr Oberfehnrich. So, also... Passt schon. Ich habe das Ganze hier auf Aufnahme, wie du nicht in der Lage bist, RP zu betreiben. Das Ganze, was du gerade tust, ist RP-Verweigerung. Ist doch egal. Äh... Äh... Gut. Ähm... Alter... Äh... Was geht mit dem? Gut, also... Was ist denn mit dir? Hast du mal was von Passiv-RP gehört? Ja, dann mach's doch mit. Dann betreibe es! Dude, du verweigerst mir gerade bei einer... Du verweigerst mir gerade bei einer Ausbildung, weil ich Passiv-RP betreiben wollte und du jetzt noch nicht in der Lage bist. Nein, weil du respektlos zu mir bist. Also ich bin respektlos, weil ich dich gefragt habe, wie du auf den rangekommen bist, wenn du kein Passiv-RP kannst. Okay, stopp, 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 stopp. Wir haben hier keinen Startsart so anzufahren. Was ist hier los? Jo, das hier ist OOC, ich hab's jetzt auch auf Aufnahmen, wie du das sagst, das ist peinlich, Mann. Alles klar. Also, man... er möchte hier Leute ausbilden, verweigert mir dann die Ausbildung, weil ich ihm sag, dass er kein Passiv-RP kann. Was machst du denn jetzt mit Passiv-RP? Das hier ist ne Ausbildung, er meint, dass er OOC ist. Passiv-RP, sag ich mir und das Super-Sohn nach Verletzung, blablablupp. Er ist als Stabsarzt nicht dazu in der Lage, ordentliches Medica-P zu betreiben. Mit Passiv-RP, USW. Okay, ist er nicht dazu in der Lage, sowas zu betreiben. Dürfen ich kurz auf? Okay, äh, ich mein das nicht, ich mein nicht das mit Richtigkeit, ich meine, wenn du mich ganz respektlos fragst, wie ich auf den Rang Stabsarzt bin. Ja, richtig. Das hab ich damit gemeint. Dürfen ich kurz? Also, der Herr Rassenwolke, der hat die Wunde vom Herr Dr. Algo untersucht. Allerdings konnte er nicht weitermachen, weil der Herr Dr. Keil nicht beschrieben hat, was er hat. Ja, mit dem Kommentar, ja, er ist ja kein... Nein, nein, stopp, 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 wir sind jetzt mal ruhig. Dann willkommen, willkommen hier im Medic-RP, ja. Wir werden sehr oft Situationen haben, wo niemand Ihnen antworten wird. Ja gut, aber das ist ein Stabsarzt, wenn er eine Verhandlung machen möchte, dann muss er die ganze Sache auch befolgen. Und doch... Okay, dann hat sich das erledigt? Ach du... Wir haben mir ein bisschen den Tammungsweit reingeschoben, oder was? Meine Fresse. Weißt du, du solltest einfach manchmal leeren, deine Fresse zu...